Meine sehr verehrten Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avodion. Heuschräge Nummer mit dem Luki. Hallo, 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 ja. Ja, ist gut. Hey, ich freue mich, Diggi. Stift zu schnuppern. Ja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Schräge Nummer hier, weil ich schräge lage. So, was sagte der Frachtraum jetzt? Der sagte direkt, bring mal das Zitane weg, okay. Oh, Station. Jetzt habe ich mir nicht notiert, was ich brauche. Ähm, wo ist er denn? Uh, ein kleines Räckchen. Erstmal schnell notieren. Jetzt schweben wir da doch mal ganz unverhofft langsam rüber und gucken uns doch mal an, was dieses Fracht so alles drinne hat. Wo ist die Nettenbär? Oh, und? Ja, guck mal, 14k Eisen und 1k Titan. Ich brauche gar nichts ausgeben. Ich habe ja schon alles. Naja, egal. Oh, da flog der erste Turm. Brudi, ich habe einen neuen Turm. Oh, ja. Ja, ich suche hier gerade noch ein bisschen, aber ich sehe außer steinend nichts. Ja, ich will ja unbedingt jetzt an Zitane hier ran, aber irgendwie baut er gerade alles andere ab. Aber mit mehr Glück wie Verstand kriege ich irgendwann noch einen weiteren Abwrackleser. Ich bin im Singleplayer-Modus übrigens schon dabei, so einen Wurm zu bauen, was ich angedroht hatte, weißt du? Wo der die Ressourcen nimmt, was ich in der Mitte im Maul aufnehmen kann. Mhm. Wo drinnen die Abwrack und die, ähm, Bergwolliser drinnen sitzen. Ich glaube, das Ding wird groß. Ja. Du musst halt auch bedenken, äh, bestimmt ist innen drin ja auch Stein. Ja, ja, die, die, die Maulpartie, sag ich mal, innen drin, die baue ich, äh, bewusst aus Stein. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja, wir haben ja Kollisionsschaden. Ja, macht nix. Also, der wird so konstruiert, dass ihm das nicht ganz so doll wehtut. Hä. Weil ich ja auch durch die Asteroidenfelder durchbrechen möchte, ne? Ja. Ich überlege auch, ob ich den so anbaue, dass er die Steine, also wenn ich durch so ein Asteroidenfeld durchfliege, dass er mir nur die Steine hinten rauskackt. Hm. Du hast schon, es gibt mal große Steine, mal kleine Steine und dann verkeilen die sich auch schnell, ne? Ähm, du. Wir reden ja jetzt nicht von einer Schiffsgröße, wie wir sie hier sehen. Ja, ja. Das Ding soll ja die ganze Station fressen können nachher. Ja. Ich sag ja, es wird groß. Ich geb das als Limit. Wenn das dann hinten zu klein ist, haben wir dann das Problem, dass dann viele Schiffe halt durchrutschen könnten. Ähm. Ich verstehe, wie du das meinst. Aber ich sag mal so, wir können jetzt schon, also zumindest ich könnte jetzt schon, 80 unbewaffnete Laser da reinsetzen. Du siehst ja, ich hab, oder du siehst es nicht, du hast es ja vorhin gesehen, wie schnell das mit vier Abbaulasern ging. Ja. Dann das jetzt mal mal 80 und außer Warion. Aber kommt hinten nur noch Stein raus. Okay. Ja, gut. Also, groß, 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 groß. Ja, zum Schluss fürs Finale. Dazwischendurch auch schon. Ich muss ja irgendwann in die Ressourcen kommen, weißt du? Ja. Und wie nennen wir das Ding? Welten-Schlinger klingt ein bisschen blöd. Schwiegermutter. Schwiegermutter Deluxe. Auf in den Kampf, die Schwiegermutter. Dann ist nicht das Mutterschiff von Amphorion der Endboss, dann bin ich das. Ah, geil. So, wo ist denn jetzt hier dann die Ressource da? Wusstest du übrigens, dass wir, wenn wir an den Stationen Ressourcen kaufen und verkaufen, wir damit unsere Image bei denen ein bisschen aufpolieren? Ja. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Rechts halt dran. Wir dürfen nur nicht so weit nach oben rechts springen. Wir dürfen nicht mehr ansonsten. Ne? Ja. Aber warte mal, die Fraktion kriegt früher oder später auch noch Besuch von mir. Ich glaube schon. Du kommst dann auch mit. Richtig. Ich sage immer von mir, weil ich im Kopf gerade so diesen großen Wurm habe, der einfach nur durchs Weltall schwebt, weil es dann alles in sich einsaugt. Wie so ein großer Pott, weil der sich vom Plankton ernährt. Richtig. Der wird einmal lange gelutscht und dann ist alles weg. So, und ich mache mir dann ein Schiff fertig mit zigtausend Reparaturjägern und Reparaturgeschütztürmen. Und dann stelle ich mich einfach daneben und heile dich. Das ist eine sehr gute Idee. Dann bin ich einfach dran. Der, ähm, Supporter. Das ist eine sehr gute Idee, weil ich darf ja maximal drei Schiffe bauen. Das ist ja das Credo für diese Staffel hier. Und wenn du denn Supporter machst, das ist doch tippitoppi dann. Perfekt. Ich könnte ja eigentlich schon mal nachschauen. Einmal ganz kurz in den Workshop reingelutscht. Ich habe das mit dem Lutschen, ich weiß nicht warum. Ähm, Frachter? Nicht Fight da, Frachter da. Da lacht er. Da lacht er, da Frachter. Am häufigsten abonniert. Ich muss auch noch gucken, dass ich irgendwas kriege, was keine Schelde hat, aber trotzdem noch mehr Frachtraum. Ich brauche mehr. Was hat der hier, der braucht? Interessiert mich alles nicht. Ich möchte nur die Ressourcen wissen. Trinium, schon bin ich raus. Trinium, hat er die dreimal hochgeladen? Tatsache. Da lädt einer dreimal das selbe Schiff hoch. Hm. Oh, zehn Slots ist ein bisschen zu überdimensioniert. Joa. Frachtraum 754. Hm, die Broschen Arvorion, da bin ich ein bisschen zu weit vorne, glaube ich. Hm, könnte ich mir kaufen, wenn ich jetzt noch 60.000 Quiddits hätte. Aber ich kann 30, 30, 30 Eisen verkaufen. Okay, dann mache ich das mal. Auf Nao Need abgestimmt. Verdammt, das müsste ich dann umbauen. Ja. Will ich aber nicht. Dann hör auf zu heulen. Oder flieg nach vorne. Ähm. Ich traue mich aber nicht. Weitling. Nein, ich bin einfach nur vorsichtig. Ah, es gibt schon geile Schiffe, ne? Ihr könnt es natürlich blöderweise nicht sehen. Aber es gibt schon geile Schiffe. Ihr guckt ja wahrscheinlich auch dann in den Workshop rein und findet die ganzen Schiffchen hier. Okay, ich zum Beispiel suche gerade nur nach dem Frachter. Einfach nur nach dem Frachter. 2300 Cargo. Das klingt doch schon mal vernünftig. Nehme ich. Habe ich mir auch gedacht, gedenkt. Also, einmal wieder reingehüpft und einmal nachgeguckt, was der Spaß so kostet. Ähm, Schiffsinformationen. Frachtraum. 2,7 K. Das muss man den Rückwärtsgang hier reinlegen. Okay, es ist doch noch ein bisschen teurer als gedacht. Ups. Also springen wir mal in einen anderen Sektor. Obwohl, kann ich nicht schon was verkaufen, dass ich noch mal ein bisschen mehr Kohle hier rauskriege? Wo ist denn... Auf dem anderen Ende, ne? Ja, da ganz hinten wieder. Ausrüstung handeln. Was hast du denn an Waffen? Ah, der hat halt diesen Füter im Geschützpunkt, ne? Die möchte ich gerne haben. Aber es kostet auch 200.000 Credits. Aufbereitender Abwracker, aufbereitender Abwracker. Also würde ich das zivile Geschütz am Kontrollsystem verkaufen, würde ich direkt mal kurzerhand, ähm, 900.000 an Credits kriegen. Alles klar. Ich hebe es trotzdem auf. Ich kenne uns. Richtig. So, was gibt es denn hier noch so für Systeme? Hattest du das andere System schon leer? Nee. Ich muss jetzt mein Schiff erstmal wieder neu bauen. Hm. Acht und neun. So. Acht und neun werden direkt deaktiviert. Die brauche ich gerade nicht. Baummodus. Habe ich noch neue Geschütztämme gekriegt? Ich hatte doch irgendwas. Hier, Point Defense Geschütz. Perfekt. Gott, war ich weit rausgezoomt. Nee, das muss aber aus Zitaren sein. Gah. Hehehe. Bitteschön, da hast du's aus Zitaren. Was ich cool finde, also was ich mittlerweile wirklich sehr cool finde, ist die Tatsache, dass wir, oder dass, je mehr Geschütztärme man hat, war das doch vorher so, umso kleiner wurden diese Kästchen. Ja. In der Geschütztärme an sich, wo du die ganze einzelne Geschütze sehen konntest und zuweisen konntest. Jetzt haben sie's ja hingekriegt, dass das eine Liste zum Runterscrollen ist. Ja. Das ist schon mega nice. Ja, dann hüpfe ich mal direkt wieder rüber ins andere System. Oder wollen wir nochmal schnell den Frachtraum voll machen, ja? So, das ist das. Da kommt, da ein Geschützt, dann. Da ein Geschützt. Was ist Ihre geschätzte Ankunftszeit? Eine Woche. Da oben sind Rastroiden und Ressourcen und da muss ich schnell hin und schub, schub. Gib alles. Kam ich an? Kam ich an? Ja, fein. Hm. Oh, zu viel Schub. Na, oder? Da hab ich schon mal die richtige Richtung. Und schon wieder 2000 zusammen. Ach, schön. Das wird jetzt hart für mich. Wieso? Verstopfung? Nee. Das Schiff ist so lang. Dass du aufpassen musst, wie du da drinnen im Feld rum norwegierst, oder? Richtig. Deswegen auch Pilot. Also Captain. Ich will nichts sagen, aber ich hab die Befürchtung, das dauert nicht lange, da hab ich's nichts größere Schiffe. Oh, aber ich brauche nochmal Korrekturdüsen. Er sieht zumindest schon gut aus, Luki. Er sieht schon gut aus. Ich muss halt nur daran denken, dass ich nicht nur Titane die ganze Zeit abbaue, sondern auch Eisen. Ja, wäre hilfreich. Oh, Digga. Ich kann gleich schon wieder zurückspringen. Wenn das so weitergeht. Heilvoll. Alles klar, da geht noch was. Da geht noch was. Aber Schiss, dass da wieder Piraten auftauchen, ne? Aber diesmal hab ich ja die passende Antwort für sie parat. Wie viele Torpedos hab ich dabei? Ja, gut, vier Stück. Die müssen treffen. Okay, ich brauche mehr Energie. Auf Piraten. Ich meine, dann dauert das hier auch nicht lange. Ups, da hat's den ganzen Asteroiden direkt zerledert. Auch nicht schlecht. Und da hat's die Piraten zerjuckt. Ach. Also, sie haben sich gerade nur noch keine reingewagt bis jetzt. Ah-ha! 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 Was sagt denn mein Frachtraum? Och, da geht noch was. Ab-bam! Weg ist der Astero. Hahaha! Ah-ha-ha! Aber das ist ganz schön ergiebig, das System hier. Ja, ne? Das denke ich ist, ich hab in den Einstellungen für die Ergiebigkeit nix verändert sogar. Ich hab sie bewusst auf Standard gelassen, weil das stellt sich ja ein über den Schwierigkeitsgrad. Ja, ja. Und so hab ich's auch gelassen. Oh, hier kommt die Sonne. Oh, schicker Frachter. Was hat der Verladerung? Meiner? Ja. Ach, das ist nicht viel. Das sind jetzt gerade nur 2,65 5K. Das geht. Und wie gesagt, es ist halt noch Standard. Das kann man auf jeden Fall. Wir machen, tut und tun, du. Ich glaube, Luki, wir brauchen gleich neue System zum Abbauen. Das kann es sein. Ich suche gerade auch schon hier. Dann spring ich schon mal ins nächste. Kannst du mal gucken, ob du noch irgendeins findest? Ich baue hier noch kurz ab. Bis mein Frachtraum gefüllt ist. Mal drehen. Zack, da ist er gesprungen. Und wufft, fick ist er. Da war der Tisch, geht nach dem Weg, ist er. Hier ist nichts. Geh mal da hin. Ja, nur mit der Energie ist bei ihm ein bisschen schwierig. Hast du doch das öfter mal eine Zwangspause, ja? Der hat Zwangspause nicht. Nur wenn er den Cooldown hat, den kannst du nicht ab, also bestäunigen mit Speed. Ach so. Weil dann sagt er bald gar keine Batterie mehr. Das heißt, wirklich warten, bis der Cooldown abgelaufen ist. Ja gut, solange du keine Erweiterung drin hast, dir Sprungradius geben, geht's ja relativ zügig. Richtig. Oha, 10k, krieg ich die noch unter. 68 Frachtraum. Keiner vorsichtshalber noch mal hier so ein, zwei Blöcke mit heransetzen an die Seite. Also ich spring jetzt, ähm, da hin. Auf Karte markiert. Okay, guck mal nach, was da drüben los ist. Wir haben ja genügend Flips hier. Ja, aber die Z6 für dich hat, das war nur Tor. Ja. Das war Tor! Ist heute nicht wieder Fußball? Oder war gestern? Gestern. Ach so. Ich hab doch keine Ahnung von. Ich auch nicht. Ich weiß, was abseits ist und, äh, das reicht mir. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? Ey, Fußball guck ich maximal zur WM, aber auch nur deswegen, weil es Bier gibt. Richtig. Ja, es fängt jetzt schon wieder an, dass das so läuft wie beim letzten Mal, dass wir hier in kürzester Zeit extrem viele Ressourcen rauskriegen. Ja, wenn ich mal einen Sektor finden würde, wo es welche gibt. Wow. Nur nicht Bossvox finden, bitte. Nö, da hab ich nicht vorher. Wurschen komme ich dann nicht weg. Das ist nur so... Das ist nur so eine kleine Grundaussage von mir. Vorsicht! Aber das finde ich ja eh genial. Wenn du am Springen bist, hast du einen Cooldown so von 5 Sekunden. Ja. Dann bist du bei Bossvox Cooldown 80 Sekunden. Und denkst du so... Fuck you. Oh, hier sind Steine. Ah, Steine ist gut. Hier ist eine Kuhfarm. Und eine Raffinerie. Ah, und 600 Asteroiden. Mal gucken, ob hier was dabei ist. Du, springen wir schon mal wieder zurück? Hatte ich hier nicht irgendwo neben mir noch so ein Ressourcendepot? Da unten, ne? Er hat wo gesagt. So ein Ressourcen-Arsch, was? Loch. Ne, durch schwarze Loch wollen wir jetzt nicht. Hm? Nein. Heute nicht. Ja, liebe Freunde, ich sehe es schon wieder. Ich hüpfe mal zurück. Wir haben die Zeit mal wieder erfolgreich rumgekriegt. Dann läuft er hier wieder wieder beim Länderspiel. Sagte der, der keine Ahnung vom Fußball hat? Ja. Ich sag dazu nix. So, in diesem Sinne. Hänge ich noch im Ladebildschirm. Ach. Mhm. Das hast du ja gefickt eingeschädelt. Ja. Da habe ich richtig gegeben. Da dachte ich, wir machen jetzt so eine doppelte Up-Mod und dann versteckst du dich im Ladebildschirm. Habe ich dir schon erzählt? Mhm. Ich bin jetzt hier unten in das System reingesprungen, ne? Ja. Hier sind auch noch Ressourcen, die ich ablutschen kann. Okay. Oh, verdammt. Aber wo ist das Ressourcendepot? Da hinten ist das Ressourcendepot. Ja, Freunde. Aber in diesem Sinne, wie Logi schon sagte, wenn euch das gefällt, was wir hier fabrizieren, dann gerne kommentieren und abonnieren. Volker, gebt im ganzen Video ein Like. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein chaotisches Video von uns verpasst. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag noch. Haut rein, ciao. Auf Wiedersehen.